Und ja, dadurch, dass bei elf ein Stein wegfällt und alles viel Holz kostet. Die Rune wird sofort ausgeführt. Jetzt zieht euch erstmal ein bisschen zurück. Ach, ich sehe gerade, hier ist auch ein Weg durch. Tag, du da. Tschüss, du da. Also ja, erstmal gucken, dass wir das Barbarenlager aus hebeln. Und dann das Lager da unten auf der anderen Flussseite. Das kann man ja schon fast als Fluss bezeichnen hier. Mhm, das finde ich jetzt nicht so schön. Die Rune ruft. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Ja, gucken, dass wir das Barbarenlager, weil dann können sie nur aus dieser Richtung und von jenseits des Flusses kommen. Ein bisschen Holz fehlt da noch. Also ja, Elfen. Anderes Volk, andere Spielweise. Auch wenn wir als Elfen zurück immer noch Fernkämpfer haben. Zu Befehl, zu Befehl, zu Befehl, zu Befehl. So, das sollte reichen, um wenigstens... Ja, um wenigstens das Barbarenlager einzureißen. Befehl, zu Befehl. Befehl, zu Befehl. Los, Schwestern! Äh, hier lag doch ein.. Los, Schwestern! Die Linien müssen halten. Ja, aber da kommen sie schon mit kleineren Trupps angerannt. Seid auf der Hut! Auf dem Weg! Zu Befehl! Auf dem Weg! Zu Befehl! Wird sofort ausgeführt! Unverzüglich! Ja, was ich halt überhaupt noch nicht habe, sind Heiler. Verstanden! Versteck die Deckung! Verstanden! Vorwärtskrieger! Wohin soll ich gehen? Feindlicher Angriff! Und ja, die Jägerin da. Macht mir etwas Bauchschmerzen. Oh! Oh! Die Rune befiehlt. Hört sofort ausgeführt! Dass der hier die Fischerhütte einreißt, das finde ich wiederum nicht so nett. Sie sind überall! Zu Befehl! Für die Rune! Was wünscht die Rune? Zu Befehl! Verstanden! Verstanden! Hier wäre sogar ein bisschen Eisen. Wohin soll ich gehen? Was wünscht die Rune? Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Mein Burgen für die Rune! Befehlt! So, warten wir auf die letzten Schützinnen. Und dann beruhigbrechen wir mal das hier und räumen hier ein bisschen auf. Tja, der reißt die Gebäude hier bei... Der farm einfach ein... Ich höre! Was wünscht die Rune? Alles klar! Unverzüglich! Da kommt die ganze... Komm mal, die Keulenkämpfer. Wohin soll ich gehen? Auf dem Weg! Für die Rune! Es sind zu viele! Schickt sie zum Seelenfluss! Alles klar! Schickt sie zum Seelenfluss! Schließt die Reihen! Auf dem Weg! Unverzüglich! Vorwärts, Krieger! So, und da geht's! Feindliche Angriff! Schließt die Reihen! Zu euren Diensten! Zu Befehl! Mein Bogen für die Rune! Seid auf der Hut! Heite durch, Männer! Wehrt euch, Schwestern! Zu Befehl! Was soll ich tun? Feindlicher Angriff! Zu euren Diensten! Die Rune rufen! Es sind zu viele! Ja? Sofort! Ach, erhebe mir ne... Elendempfang unterwegs! Schon um meine Seele! Das ist nicht weit! Die Linien müssen halten! Was wünscht die Rune? Verstanden! So, dann müssen wir jetzt mal loswerden! Die Dunklen sind hier! Okay! Schickt sie zum Seelenfluss! Runenkrieger! Zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! So, was haben wir denn verloren? Zwei Wächterinnen... Schnell! Sie sind in der Stadt! Die Linien müssen halten! Runenkrieger! Zu mir! Vorsicht, Gegner! Eine enge Sache, aber das schaffen wir! Die Rune befehlt... ...wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Auch wenn da schon die nächste Kompanie mit der Keule kommt! Was soll ich tun? Feinde! Schnell wie ein Pfeil! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Was wünscht die Rune? Unverzüglich! Die Rune ruft meine heilige Pflicht! Geheilt werden erst einmal! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil! Schnell! Auf der Stelle! Der Stadt! Ja? Zum Ruhme Ahrens! Zu euren Diensten! Für das Licht! Es sind zu viele! Jo, von da oben kommen auch immer mehr Orks! Das weiß wahrscheinlich, muss ich bald mal die U-Tran-Jungs hier nehmen... Ruf die Wachen, Schwestern! Zur Stelle! Das ist nicht weit! Die Linien müssen halten! Die Rune ruft! Okay. Zu Befehl! Und verzüglich! Verstanden! In Windeseile! Elends Segen! Rasch wie der Wind! Rasch wie der Wind! Vorsicht, Gegner! Sie kreisen uns ein! Die Linien müssen halten! So, die paar loswerden... Stand halten, Männer! Die Linien müssen halten! Oh, da kommen von denen immer noch welche! Das ist ein Hinterhalt! Ja, da muss ich definitiv drauf Acht geben, woher noch Gegner kommen können... Die Rune ruft! Stehe bereit! Verstanden! Wird sofort ausgeführt! Die Rune befehlt! Zu Befehl! Ja, vorwärts! Ja, hier geht's auch nochmal hoch zu dem Ork-Posten... Was soll ich tun?